Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. Wir sind in Level 7. Ich war noch mal kurz in der Stadt und habe ein paar überzähligen Kram verkauft. Wir sind jetzt bereit, mal in Level 8 zu gucken. Wir sind in Level 7, genau. Mal gucken, Level 8. Falls ich gerade irgendwas anderes gesagt habe, ignorieren wir das. Ja, willkommen in Level 8. Ja, schauen wir mal. Hier gibt's Geld. Und nix. Okay. Also, ich muss mal kurz mich orientieren. Wir haben keinen Mana-Shield. Ich könnte natürlich... Haben wir Mana-Shields? Ja, haben wir. Okay, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, das in der Hinterhand zu haben. Wow, 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 wow. Ähm. Dass wir eventuell hier auf den Mana-Shield zurückgreifen. Was haben wir hier? Aua! Mensch. Ja, so viel Schaden scheinen sie zumindest die nicht zu machen. Irgendwas. Ne. Klassische Sackgasse. Wie aufregend. Ähm. Ja, come on. Ihr lasst doch relativ wenig Sachen fallen. Sag mal, wie verhältst du denn aus, Freund? Äh, ein bisschen... Äh, Moment. Haben wir nicht inzwischen Fireball? Ja. Okay, keine Fallne. Hä? Unübersichtlich hier. Okay. Okay. Hallo. Hallo. Ist ja nur der eine... ...Typ gewesen, unsichtbarer Weise. Sonst ist hier niemand? Äh, mysteriös. Ah, ja, ja, ja. Na, kommt raus. Ja. Wohohohoho. Wohohoho. Okay. Äh, ich glaube, hier könnte Mana Shield angebracht sein. Okay. Ist da irgendwas fallen lassen? Ne. Die sind wirklich ein bisschen creepy. Machen wir mal wieder die Tütze. Können sie dann eigentlich? Dann können sie wahrscheinlich nicht raus, ne? Warum nicht? Da sind wir da wieder voll. Dann füllen wir das noch hier mit auf. Okay. Aber für euch reichen nicht die Zauber. Wir müssen sparsamer mit der Ressource Mana umgehen. Ach Mensch, hier muss doch mal was drin sein. Hier vielleicht? Toll, Kram, den wir nicht brauchen. Ah. Okay, dann machen wir lieber mal größer kalibrige Waffe. Noch mehr? Okay. Da können wir eigentlich auf unseren Stab, auf unseren Tornport und auf unseren Stab von Mana. Was kann der? Der ist noch nicht identisch. Ah, wir haben, wir haben doch, wir haben doch. Identify. Extra Chargers. Plentiful Staff of Townport. Also ein Lentiful Staff of Townport. So, hier lag eine Menge rum. Ich werde hier schon mal irgendwo einen Stash einrichten. Vielleicht hier in der Ecke. Wo war das mal alles hin? Liegt das mal nach da? Gott. Ja gut, das sehe ich. Aber den anderen Kram lassen wir da erstmal liegen, weil hier werden wir ja wahrscheinlich nochmal durchkommen. Und ich möchte noch nicht zurück zur Stadt. Jetzt. Ups. Äh, wegen Mana Shield. Und, äh, konserviert. Noch mehr von euch? Ihr seid echt creepy. Okay, mehr Geld. So, ich will aber noch nicht da hin. Ich will erstmal hier hin. Hm. Äh, äh, sichern wir erstmal die Umgebung. XCOM Style. Bevor wir das Uvo, äh, also den Raum betreten. Aua. Hm. Verstaunlich viele leere Kisten. Truhen. Was sagt man? Ist jemand? Was sagt man? Okay. Na dann, was? Woa. Okay, alles ruhig hier. Tut so aus. Okay. Tut so. Sind wir ungestört. Mit unseren Büchern und finden kein Buch. Hier finden wir. Scroll of Identify. Kann hilfreich sein. Town Portal. Brauchen wir inzwischen eigentlich nicht mehr. Phasing. Bräu ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt. Mana Shield wäre schön. Also für den Zauber werde ich noch grinden müssen. Also wir werden nicht mehr lange. Ich meine wir können eine Weile damit leben. Dass wir uns immer Scrolls kaufen. Bei der Witch. Aber erstmal hat die ja auch nicht immer welche. Und das wird auf Dauer ja auch ein bisschen unzweckmäßig. Also. Also für den Zauber werden wir echt ein bisschen grinden müssen. Wow, ihr seid ein bisschen vieler auf einem. Achso, das ist auch der falsche Zauber. Ich bin auch doof. Das wird schon besser. Okay. Haben wir noch irgendwas hier? Blöder. Okay. Äh. Blöder Penner. Okay, das war ein bisschen Overkill. Das nicht. Oh, blockt. Okay. Ah, hier geht es weiter. Okay. Da ist ein Stein. Level Up, wie schön. Kann ich? Okay. Oh, 30 sieht gut aus. Oh, das sieht um. Da ist irgendwas. Tale of the Three. Okay. Story. Okay, dann gucken wir da erstmal noch nicht hin. Creepy Shrine. Haben wir den schon mal? Okay. Okay. Äh, gespeichert habe ich. Strength is boosted by having me faith. Okay. Plus strength is a result. Okay. Nehmen wir. Was Negatives? Ich sehe nichts. Passt schon. Okay. Äh, da geht es noch weiter. Aber hier eigentlich überall. Ich glaube, ganz am Anfang sind wir noch. Da waren wir noch nicht. Und da waren wir noch nicht. Okay. Okay. Also, Tale of the Three, als er sagt. Wie komme ich da hin? Das ist ja, oh, das ist ja seltsam hier. Ja, ja. Hier ist ja noch ein Barrel. Aha. Na, da. Downportal brauchen wir nicht. Also zumindest nicht in den Mengen. Also genau genommen brauchen wir es gar nicht mehr. Ja, die Tür macht ja immer richtig viel Sinn. Okay, Tale of the Three. Dann erzähl mal. Glory and approbation to Diablo, lord of terror and leader of the three. My lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sands of the east. Once my lord releases his brothers, the sin war will once again know the fury of the three. Hm, okay. Naja, interessanter Hintergrund. Ähm, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass wir das ja für uns selber lesen. Also das klingt ein bisschen so, als wären wir selber Anhänger von Diablo. Ne, weil ich meine so die, wie wir den Namen aussprechen. Glory and approbation to Diablo, lord of terror and leader of the three. Das klingt mir dann alles ein bisschen zu, ein bisschen zu orgastisch. Also, orgasmisch. Also, wenn ihr versteht. Also, ich meine, wir lesen das ja für uns selber. Ich würde so, wenn ich jetzt so einen informativen, was ich, so einen History Book irgendwie vor mir liegen hätte, da würde ich das nicht so Diablo lesen. Da würde ich dann nur, aha, Diablo, leader of the three. Oder so, ne? Ein bisschen neutraler, ein bisschen menschwerter. Also, du bist so, hm. Weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass hier irgendwie eine körperlose Stimme erscheint und uns das vorliest, oder so. Hoffe ich zumindest. Äh. Hm. Hier geht es weiter nach unten, ist auch so es. Da hat jemand ein Ikea-Regal versucht aufzubauen. Diese Witze verstehe ich übrigens nicht. Also, das sieht man ja, ich weiß nicht, in jeder zweiten Fernsehsendung gibt es einen Witz darüber, dass man Ikea-Regale nicht richtig aufbauen kann. Also, ich habe nur schon eine ganze Menge Ikea-Regale in meinem Leben aufgebaut. Also, ich verstehe das Problem nicht. So schwierig ist das. Und es ist auch nicht so, dass da ständig was fehlt. Also, jetzt nur mal um einen kurz... Ich... Dieses Video ist nicht von Ikea gesponsert. Also, wenn ihr... Ikea, wenn ihr das hört und das sponsern möchtet, gerne, aber ist es nicht. Aber trotzdem, also, ne? Weil dieser Witz, der würde... Der wird in jeder zweiten Fernsehsendung gemacht. Also, ich verstehe es nicht. Also... Äh, bitte, bitte, bitte. Äh, aber da musste ich mal bis kleine Lanze brechen für das... Schwedische Designer-Outlet. Äh, Möbel-Designer-Outlet. Kriegen wir dich so tot? Ja. Hahaha. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Kleiner Flattermann. Äh, ne. Mhm. Okay, da kommt ja jetzt bestimmt was ziemlich Großes rausgelaufen gleich. Deswegen machen wir uns mal... Habst du das Gefühl, hier kommt gleich was? Kommt nix? Oh. Oh. Ah, Fireball. What? Oh. Hi. Äh, du auch hier? Ähm. Hehe. Hallo. Ich nehm dir erstmal deine Bücher weg, ne? Wie wär das? Da hast du bestimmt nix gegen. Zah the Mad. Some magic... Mhm. Okay, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Obwohl, wir konnten ja nicht mit ihm reden. Weiß ich doch nicht, Mensch. Dann liest er erstmal das Buch. Wing of Fire. Für das haben wir das gemacht? Oh, gucken, was passiert. Können wir mit ihm... Reden? Ne. Wir können ihn angreifen. Oh. Oh, nee. Wir können mit dir reden und du bist freundlich. Book of Search. Okay. Nur hab dich doch nicht so, Mensch. Wollen wir das häufiger machen? Warum bist du hier? All diese Interruptions sind genug, um einen zu verändern. Hier. Take this and leave me to my work. Trouble me no more. Okay. Hm, gut. Bist du eine... Oh. Also, hören wir nur das. Äh, ich bin ja fast versucht, mal kurz zurück zur Stadt zu gehen, um mal die Leute nach dem Kollegen zu fragen. Aber da verlieren wir unser Mana-Shield schon wieder. Was wir deswegen machen, ist wir speichern. Ähm. Gucken noch den Rest des Levels an. Merken uns, dass der Typ hier ist. Äh. Und kommen dann... Dass wir das nur einmal machen müssen. Weil ich denke, wenn wir ihn bekämpfen, sollten wir schon Mana-Shield haben. Auuuutsch. So, das ist dann aber auch alles hier. So wie es aussieht. Okay. Na gut. So, wo habe ich nochmal unsere Sachen gelagert? Das war irgendwie ganz am Anfang. Ach nee, das müssen wir noch machen. Das haben wir schon gemacht. Du, dey. Du. Äh. Äh. Könnten ein bisschen mehr spannende Bücherschränke hier rumstehen, finde ich. Persönlich. Äh. Ich glaube, 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 dass, äh, was wir, was so Schwierigkeitsgrad mäßig, glaube ich, am nächsten kommt jetzt, ähm, wäre dieses komische Ding, ähm, was da, was Hellfire spezifisch ist, das erste Dungeon, das erste Hellfire Dungeon. Und da gibt's, glaube ich, gar keine Bücher. Äh. Was storymäßig total logisch ist, allerdings irgendwie für uns so ein bisschen doof. Deswegen bin ich fast versucht, äh, wahrscheinlich nach dem, oder? Ja, wahrscheinlich eher vor dem, bevor wir das machen, vielleicht nochmal, ähm, ein neues Spiel zu starten, um zu gucken, ob wir vielleicht ein paar mehr Bücher spawnen können. Das würde ich dann offscreen machen. Also dann wieder quasi bis ungefähr zu diesem Level spielen, äh. Also langsam finde ich unsere, äh, Zauber so ein bisschen, hm. Könnte ein bisschen besser aufgestellt sein, zaubertechnisch. Ja, wir haben Fireball oder nur Level 1, aber gut, das reicht auch eigentlich erstmal. Aber, mhm, ne, ich meine, eigentlich brauchen wir auch nur Mana-Shield. Alles andere ist mir eigentlich, ist eigentlich zweitragig im Moment noch. Irgendwann brauchen wir dann natürlich auch ein paar Feuerbälle, aber, so, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Hm, ja, 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 ja. Solar-Schrein. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Oder ich guck mal kurz hin. Zumindest habe ich mir nie aufgeschrieben. Also, du fühlst mich mehr Agile. Okay, ich stöte. Noch irgendwas? Ich sehe nix. Okay. Nehmen wir mit. Da ist noch ein Raum. Okay, dann den noch. Dann würde ich sagen, befragen wir mal unsere schottischen Landsleute nach dem Kollegen Zar oder Saar oder wie auch immer. Hier haben wir noch Sachen nicht kaputt gemacht. Das kann ja nicht so bleiben. Hm. Okay. 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 Das haben wir für eine Sackgasse gemacht. Was für ein schönes Dungeon. Okay, haben wir jetzt alles? Hier waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Das ist ein relativ kleines Dungeon, oder habe ich hier irgendeine Tür übersehen? Hm, wirklich relativ kompakt. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Achso, jetzt muss ich erstmal meinen Stash wiederfinden. Wo war der denn zur Hölle? Hier, glaube ich. Okay. Okay. Na gut, dann gucken wir erstmal. Okay, dann fragen wir erstmal den Chef hier. Hallo, mein Freund. Du hast nichts zu sagen? Wer hat da irgendwer vielleicht? Du kennst ihn auch nicht? Mhm. Was? Du hast... Du hast ein Holzbein, oder was möchtest du mal sagen? Sieht aber... Sieht aber gut gemacht, wenn das künstliches Bein ist. Oder wenn du verkrüppelt bist. Sieht so nicht aus. Sieht so nicht aus. Immer unter uns. Ich meine, du bewegst ihn nicht. Deswegen können wir es nicht sagen. Aber... Ähm... Grüß dich, mein Freund. Grüß dich, mein Freund. Willkommen in der Tavern des Sonnenflächen. Hat hier irgend... Kennt hier irgendeiner... Du vielleicht? Auch nicht. So enttäuschend. Ich meine, hier, du... Der Ihre... Äh... Der... 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 Kennst du auch nicht? Okay. Na gut. Dann machen wir unser Business as usual. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hört. Wir verkaufen da. Wow! Was kann ich für dich machen? Wir verkaufen einen Dagger. Wir verkaufen eine Large Axe. Wir verkaufen ein Bastardsort. Okay. Oh, mein Schnuss. Oh, wow. Okay. Ich sehe, wo das Problem liegt. Ist hier noch irgendwas? Ich hätte hier so viel liegen lassen. Aber so viel war das gar nicht, oder? Es ist so ein blödes System. Dass man das nicht besser sehen kann. Echt. Also... Ähm... Warte mal. Aber zu ihrer Verteidigung. Sie haben ja noch geübt. Das war ja das erste richtige Spiel. So. Das wissen wir schon. Den brauchen wir nicht. Die können wir auch verkaufen. Ja, die Tauntwortelkram verticken wir auch. Hallo, mein Freund. Bleib kurz und hör'n. Wow! Was kann ich für dich machen? Aber Sternleger, das ist nicht magisch. Achso, du kaufst das ja nicht. Ja, stimmt. Okay, dann halt zu, Schnuffel. Na, Herzchen, wie geht's dir? Okay. Ah, du... Erzähl doch mal... Erzähl du doch mal was... Auch nicht. Erzähl. 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 Kann es sein, dass du mit Christopher Walken verwandt bist? Weil, also, die... Deine... Deine Betonung ist so... Irgendwie so... Ich kann nicht genau den Finger drauflegen, aber es ist so ganz bisschen... Daneben. Also, so ein bisschen off. Und das ist so... Das ist so ein... Ähnlichen Vibe krieg ich, wenn ich Christopher Walken reden höre. Aber gut. Äh... Auf ne andere Weise, aber... Hm. Egal. Äh... Sera. Und... Wun of... Wun of Stone. Achso, das macht ne Dings. Okay, ja. Skull of Town Portal kommt weg. Skull of Facing... Ja, wir haben den Zauber... Teleport... Haben wir den... Weiß ich nicht. Behalten wir erstmal noch. Shots aufeinander behalten wir... Skull of Miner Shield. Da haben wir noch eine Session. Komm weg hier. Nimmt nur Platz weg. Plenty Faced of Town Portal... Jaaaaa... Jaaaa... Jaaaa... Du... 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 Dupdi-dups... Identify... Überhalten wir erstmal noch... Town Portal... Kommt weg. Oh Gott, komm weg. Okay. So. Meine Allerliebste. Hast du denn irgendwas? Ja, meine Stone Curls haben wir schon. Wir brauchen ihn früher oder später häufiger. Aber für 12.000 ist mir das im Moment ein bisschen zu viel. Und ich warte immer noch. Ich will noch 16.000 per Miner Sheet ausgeben. Und ich weiß nicht, was Bone Spirit ist. Ach, das ist ja. Das ist auch furchtbar. Was soll denn das sein? Ich sensere eine Seele in der Suche von Antworten. Na gut. Jetzt ein bisschen haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Das sieht doch besser aus. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal. Obwohl ich meine Sabe-Wiles eigentlich nichts mehr zu tun habe. Da können wir versuchen, ob wir ihn ohne Mana Sheet gekillt kriegen. Wir wissen ja, wo er ist. Wir sind ja schwer im Vorteil. Weil jetzt extra nur ein Mana Sheet für ihn ist auch ein bisschen affig. Weil, ich meine, wir sind mit dem Level durch. Wo warst du noch mal? Hier. Ja, dann. Ja, dann. Und einen Buckler, den können wir ja mal identifizieren. Awesome! Das ist, das ist also ein Troll-Shield. Weil, ich meine, also das ist ja eine Verarschung. Hammer von 1, aber plus 136%. Also mit anderen Worten, 2,3. Hammer. Jo, für einen Buckler machst du auch ein ziemlich lustiges Geräusch. Also Moment, wir haben jetzt 42. Jo. 2. Was ist 2? Das ist awesome. Okay, können wir verticken. Ähm. Ja, ansonsten haben wir hier, ansonsten waren wir hier fertig, ne? Aber dann können wir theoretisch beim nächsten Mal auch das andere, äh, machen. Das Hellfire-Level. Dann können wir hier erstmal raus. Sonst hast du nichts fallen lassen, ne? Ich hab da nichts übersehen. Das war nur das Buch. Also, dass du uns gegeben hast und... Nö. Das ist nix. Sieht nicht so aus. Irgendwo ne Tür aufgegangen, oder so ne Späße? Muss ja mit allem rechnen. Nö. Nö. Oh, jetzt die Quest ist weg, ne? Nö. Mhm. Bitte. Und dieser schnippische Kommentar, did I break your concentration? Naja, ich meine, wir haben hier mit, weiß ich, 20 Feuerbällen bedingst. Äh. Hier nehmen wir mal an. Das hätte Wertner, das hätte deine concentration auch ein bisschen gestört. Aber... Aber... Wow, was kann ich für dich tun? Und er kippt uns dafür fast 500. Oh Gott, okay. Schnell, bevor er nachguckt, wie gut oder schlecht das ist. Ja, da würde ich sagen, ähm... Gucken wir beim nächsten Mal... Ähm... In ein etwas anderes Dungeon. Würde ich vorschlagen. Mal gucken. Ja, ich denke. Äh, da sehen wir uns in dem Fall hier wieder mit mehr Diablo. Äh... Level 8 ist fertig. Ich weiß nicht, ist das nächste Level? Da will ich jetzt noch kurz nachgucken, ob das nächste Level noch Katakombs ist oder schon was Neues. Ich glaube, es ist schon was Neues. Na, dann zieh dir doch was aus. Ja, war Spaß. Okay, ja, da würde ich sagen, äh... Ist hot down here. Hm, na gut. Das sind also schon die Caves. Ähm... Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Dann würde ich sagen, äh... Not enough mana. Ähm... Würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal... Was anderes an. Ja, dann sehen wir uns in dem Fall hier wieder mit mehr Diablo. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020